Hey, 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 Leute! Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe meinen Hof aufgeräumt. Und für diejenigen, die meine Huftour mal nicht gesehen haben, so sieht mein Hof aus. Ich habe außerdem die Huftour ja gelöscht, weil ich ja nicht wusste, ob man mich in der Huftour mal gesehen hat, aber anscheinend nicht. Und ja, hier seht ihr gerade meinen Hof nochmal. Und ja, ich werde in diesem Video mal ver... Boah, Hilfe! Jetzt hätte man mich vielleicht auch gut gesehen. Also, in diesem Video werde ich versuchen, so eine Abstimmung umzumachen, die ihr bei manchen YouTubern seht. Da oben bei so einem I, das ist irgendwo hier jetzt. Und wenn es nicht da ist, dann habe ich es nicht geschafft, aber ich hoffe, ich werde es schaffen. Und auf jeden Fall wollte ich das ja mal sagen. Wenn ich weiß, wie das jetzt so richtig geht, dann werden solche Abstimmungen mehrmals kommen. Und ja, das wollte ich dann auch nur mal sagen. Und yes. Und überleite, dass ich immer und ja sage. Irgendwie ist das bei mir so automatisch, irgendwie beim Video. Und außerdem, das FMA mit Sunshine kommt bald. Und das FMA mit WandaPi und das FMA mit der Maya. Das hatte sich nämlich die ganz, ganz liebe Hattie Sarina gewünscht. Und schaut unbedingt bei Hattie Sarina da vorbei. Unbedingt. Sie macht sowas von geile Videos und hat mal nur 25 Abonnenten. Oh mein Gott. Nun ja, das wollte ich jetzt nur mal sagen. Ich hoffe, das Video war jetzt nicht allzu unnötig. Und ja. Bye Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.